12. Die erläuternden Riten 1. Die Salbung mit Krisam Weil der eigentliche Taufakt so dicht, so komprimiert ist, hat sich die Kirche sogenannte erläuternde Riten dazu überlegt, die das Geschehen, das in der Taufe schon geschehen, vollständig geschehen ist, noch einmal von dieser oder dieser oder unter dieser Perspektive betrachtet, beleuchtet. Es kommt also nichts zusätzliches hinzu, sondern nur das schon Geschehene wird unter einer anderen Rücksicht betrachtet. Und das erste dieser vier Zeichen, die da noch gemacht werden, diese erläutenden Riten, das ist die Salbung mit Krisam. Das lateinische Wort Christus kommt vom griechischen Christos, was wiederum vom hebräischen Wort Meschiach latinisiert Messias kommt. Auf Deutsch heißen all diese Wörter der Gesalbte. Der Hintergrund ist folgender, früher waren die bedeutenden Persönlichkeiten einer Gesellschaft nicht Präsidenten oder Kanzler, Kanzlerinnen, sondern Könige und Propheten, Königinnen und Prophetinnen. Und die kamen nicht durch Geburt oder Wahl ins Amt, wie bei uns heute, sondern die wurden von einem anerkannten Propheten gesalbt, also mit einem kostbaren Öl übergossen. Und diesen Brauch übernahmen die Christen, also wörtlich die Gesalbten und salbten neue, also getaufte Christen mit Krisamen. Ich habe das hier und ich reiche das vor allem auch immer den Kindern dann, dass sie da mit der Nase mal schnuppern und ob das gut riecht und es riecht gut. Und damit die Kinder das mit den Sinnen, mit allen Sinnen wahrnehmen. Ja, die Salbung mit Krisam zum König, zum Propheten, zur Königin, zur Prophetin, die drückt aus, jeder Christ hat eine unvergleichliche Würde. Und egal was aus diesem Kind wird, wir gehen natürlich mal davon aus, dass das Kind Rockstar oder Prinzessin oder Astronautin oder Model wird oder so. Aber auch wenn das Kind jetzt im Leben keinen Fuß auf die Erde kriegen sollte oder scheitern sollte, in den Augen Gottes ist jeder Christ wie ein König, wie eine Königin. Er hat diese Würde, diese einzigartige Würde jedes Kind. Ja, also ob es jetzt ein schwarzes Kind oder ein weißes Kind ist, ein Bleichgesicht ist, eine Rothaut ist, ob es dick ist oder ob es dünn ist, ob es jung ist oder alt ist. Jeder Mensch hat diese unvergleichliche Würde und diese Würde, die kann kein Diktator dieser Welt mir, den Christen, nehmen. Kein Diktator kommt daran, kann sie mir nehmen. Die kann ich mir übrigens auch selbst nicht nehmen. Ja, ich habe zwar den Eindruck, dass so mancher Mensch, der arbeitet regelrecht daran, dass er diese von Gott zugesprochene Würde in der Taufe, dass er die los wird, aber das geht nicht. Wir können sie uns auch nicht selbst nehmen. Die Salbung mit Krisam, die sagt mir meine Originalität zu. Mich gibt es nicht nochmal. Ich bin einzig. In der Taufe taucht der Taufende einen Finger in ein kleines Krisamgefäß. Dann berührt er die Stirn, spricht ein Gebet, das die aus dem Krisam herrührende Würde betont. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017